Ich möchte eine Behauptung beweisen, bei der es sehr viele verschiedene Fälle gibt. Jeder Fall ist einfach, aber es gibt unendlich viele. Könnte ich mir vielleicht ein Computerprogramm schreiben, was für jeden denkbaren Fall einen Beweis erzeugt? Würde das ausreichen? Werden wir gleich sehen. Herzlich willkommen zurück zur Vorlesung über formale Sprachen und Automaten. Heute reden wir über Grammatiken und ihre Ableitungen. Mein Name ist Markus Krötzsch. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Zunächst einmal möchte ich in Erinnerung rufen, wie das mit den Grammatiken aussah. Ein paar davon haben wir ja schon gesehen. Hier ist nochmal ein Beispiel auf der Folie, das uns zeigt, wie so etwas ablaufen könnte. Es ist also hier in der grünen Kiste eine Reihe von Ersetzungsregeln zu sehen, die relativ intuitiv funktionieren, denke ich. Wir beginnen hier mit einem Symbol Dezimalzahl. Das ist auch das, was die Grammatik ausdrücken soll. Ich möchte Dezimalzahlen erzeugen. Und dieses Symbol darf jetzt also ersetzt werden durch andere Symbole, um ein Dezimalzahl-String zu bilden. Da gibt es zwei Möglichkeiten hier, getrennt mit dem Strich. Zunächst könnte ich ein Vorzeichen erzeugen und anschließend eine eigentliche Dezimalzahl bilden, die ich als Dezahl abkürze. Oder ich kann das einfach ohne Vorzeichen machen. Dann nehmen wir implizit an, dass es ein Plus ist. Vorzeichen kann Plus oder Minus sein. Die eigentliche Dezimalzahl ist entweder eine natürliche Zahl oder eine natürliche Zahl mit einem Punkt getrennt von einer Ziffernreihe. Natürliche Zahlen sind entweder einzelne Ziffern oder eine Ziffer, die größer ist als 0, also ab 1 sein darf, gefolgt von einer weiteren Ziffernreihe. Ziffernreihen sind einfach Ziffern, entweder einzelne Ziffern oder Ziffern gefolgt von noch mehr Ziffernreihe. Und hier zu guter Letzt definieren wir, was Ziffer ab 1 und Ziffer genau für Symbole darstellen kann. Okay, das wäre also eine Grammatik, mit der man Dezimalzahlen erzeugen kann. Und damit kann ich also eine entsprechende Sprache beschreiben. Wie verwenden wir jetzt solche Grammatiken? Bisher war das eher intuitiv. Wir haben das nicht sehr offiziell, sehr detailliert mathematisch dargestellt, sondern haben einfach angenommen, dass es klar ist, wie solche Regeln einzuwenden sind. Hier möchte ich mal ausführlich einem Beispiel zeigen, wie das funktionieren kann, wie man so eine Ableitung konstruiert. Wir beginnen also mit einem der Symbole, in dem Fall Dezimalzahl, da wir hier eine Dezimalzahl erzeugen wollen, und dürfen das jetzt schrittweise ersetzen. Das können wir zum Beispiel tun, indem wir die erste Regel anwenden. Das schreibe ich mit so einem Pfeil. Und das Wort dadurch umwandeln in ein Wort, was aus zwei Symbolen besteht, Vorzeichen und gefolgt von Dezah. Jetzt können wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir können eines dieser beiden Symbole weiter ersetzen. In dem Fall nehme ich Vorzeichen und ersetze es durch das Minus. Übrig bleibt das Wort Minus gefolgt von Dezah. Jetzt kann ich Dezah weiter ersetzen. Das tue ich, indem ich die zweite Möglichkeit wähle, in Regel drei, und eine natürliche Zahl gefolgt von einer Ziffernreihe mit Punkt getrennt hinschreibe. Die natürliche Zahl wiederum kann ich ersetzen durch eine Ziffer. Die Ziffer kann ich ersetzen durch eine konkrete Ziffer aus dem Bereich der Ziffern, die hier angegeben sind. Ich nehme mal die drei. Übrig bleibt noch die Ziffernreihe. Hier kann ich weitermachen. Ziffer gefolgt von Ziffernreihe ist eine mögliche Interpretation. Die nutze ich. Im zweiten Schritt ersetze ich Ziffernreihe einfach nur durch Ziffer. Bleibt übrig zwei Ziffern. Und diese kann ich jetzt wiederum durch konkrete Symbole ersetzen. Und so erhalte ich letztlich einen String, ein Wort, welches nur aus Symbolen des Alphabets besteht. Und das ist das, was die Grammatik in diesem konkreten Ableitungsfall erzeugt hat. Okay. Das ist also jetzt ein Beispiel. Und was wir jetzt gerne tun möchten, ist zunächst einmal etwas genauer definieren, was Grammatiken eigentlich sind und wie solche Ableitungen gebildet werden. Okay. Hier steht, was eine Grammatik ist. Okay. Große Kiste. Vielleicht überraschend groß, nachdem wir so einen relativ intuitiven Zugang dazu hatten. Wir haben Beispiele gesehen. Es war eigentlich sofort klar, wie die Grammatik funktioniert. Hier kommt doch einiges mehr an Bestimmungsstücken drin vor. Zunächst einmal steht hier geschrieben, eine Grammatik G ist ein Viertupel aus diesen vier Bestimmungsstücken. Warum brauchen wir vier Dinge? Das werden wir gleich sehen. Das erste dabei sind eine Menge V von variablen Namen. Die variablen Namen, das sind die Nicht-Terminalsymbole, die wir zum Beispiel mit Dezimalzahl oder Ziffer gerade angegeben hatten. Die müssen irgendwie implizit gegeben sein. Wenn sie nicht gegeben sind, dann wird es schwierig sein oder ist es nicht klar definiert, worüber die Grammatik arbeiten soll. Die zweite Menge ist ein Alphabet. Das Alphabet kennen wir schon. Das ist natürlich immer implizit oder explizit dabei, wenn wir über Sprachen sprechen. Wir beschreiben hier wieder Sigma dafür. Wichtig ist, dass dieses Alphabet disjunkt sein soll zu V. Das heißt also, dass diese Mengen keinen nicht leeren Schnitt haben dürfen. Ganz einfach deshalb, damit immer klar ist, ob ein bestimmtes Symbol ein variablen Name ist. Oder eben ein Terminalsymbol aus dem Alphabet. Diese Dinge sind also sozusagen der allgemeine Rahmen dessen, was wir hier definieren. Jetzt kommt das Eigentliche, was wir bisher als Grammatik kennengelernt hatten, nämlich die Produktionsregeln. Das besteichne ich hier mit P. Das ist eine Menge von Produktionsregeln. Sie haben die Form W, vor allem nach rechts V, für beliebige Wörter W und V über sowohl den Alphabet-Symbolen als auch den Variablen-Symbolen, wobei dieses Wort W mindestens eine Variable enthalten muss. Das heißt, es ist nicht zulässig, dass W nur ein Wort über dem Alphabet selbst ist, ohne dass da Variablen drin funkt. Es darf aber durchaus mehrere Variablen enthalten. Es darf auch Terminalsymbole, also Zeichen aus dem Alphabet mit beinhalten. Es darf also durchaus ein langes Wort sein und nicht nur ein einzelnes Variablen-Symbol, wie wir das in Beispielen häufig haben. Und zu guter Letzt lege ich noch fest eine Startvariable aus den Variablen V. Es muss also auch klar sein, wo beginnt denn eigentlich die Ableitung der Grammatik. Ich habe gerade schon, während ich das erkläre, immer abwechselnd verschiedene Begriffe verwendet für die Alphabet-Symbole, die in Sigma vorkommen. Habe ich auch Terminalsymbole gesagt. Terminal deshalb, weil die Ableitung dort endet. Man kann dort nicht weiter ableiten in der Regel, während die Variablen analog dann auch nicht Terminalsymbole genannt werden. Beide Begriffe sind ziemlich gängig. Okay. Wenn wir jetzt diese relativ umfangreiche Definition sehen, dann müssen wir uns fragen, bringt das überhaupt etwas, das so aufzuschreiben? Bisher war uns doch relativ klar, was Grammatiken sind. Jetzt haben wir so eine relativ längliche Darstellung hier mit einem Viertupel. Das klingt eigentlich komplizierter, als es sein müsste. Wir werden sehen, es ist oftmals so, wenn man versucht, Dinge präzise zu definieren, dass sie dann einiges an Komplexität dazu gewinnen, weil man eben viele Kleinigkeiten genau festlegen muss. Das haben wir in der Mathematik. Das haben wir aber auch in der Informatik sehr häufig. Wenn Sie irgendeinen technischen Standard nehmen, XML, HTML oder C++, wenn Sie mögen, und schauen Sie sich den anschauen, dann sehen Sie, dass da unglaublich viele Details in unglaublich ausführlicher Weise zum Teil festgelegt werden. Und selbst dann, wenn Ihnen eigentlich klar ist, was im Prinzip hinter diesen Sprachen steht, auch hinter bestimmten Teilen, die vielleicht nicht so komplex erscheinen von diesen Sprachen, selbst dann ist noch eine Menge Detail nötig, um das eindeutig aufzuschreiben. Und diese Eindeutigkeit hat eben den Preis, dass man oft an Komplexität hinzugewinnt und man muss dann aufpassen, dass man nicht die Idee aus den Augen verliert bei den vielen Details. Andererseits ist diese Definition, die wir haben, auch in gewisser Weise einfacher. Sie sagt uns, dass bestimmte Sachen, die wir bisher als Teile von Grammatiken angesehen haben, in informellen Art und Weise, eigentlich gar nicht wichtig sind. Insbesondere sind die Produktionsregeln, wie hier steht, eine Menge. Mengen haben keine Reihenfolgen zum Beispiel. Wenn ich bisher Grammatiken aufgeschrieben habe, dann hatten die natürlich immer auf meiner Folie irgendeine Reihenfolge. Es gab eine erste Regel, eine zweite, eine dritte und so weiter. Diese Definition sagt uns, dass es keine Rolle spielt. Es ist eine Menge. Man könnte die Regeln auch vertauschen. Es wäre immer noch die gleiche Grammatik. Das ist zum Beispiel etwas, was bisher nicht klargestellt worden ist. Andererseits fehlte auch bisher in unserer Definition zum Beispiel völlig die Klarstellung der Stadtvariable. Wir haben einfach nur Regeln aufgeschrieben und dann irgendwo angefangen, eine Ableitung zu bilden. Meistens mit dem, was wir uns eben gedacht hatten, das in diesem Beispiel als besonders wichtiges Symbol steht. Das heißt, diese Definition ist präziser, sie lässt aber auch bestimmte Details weg und ist insofern deutlich besser geeignet, wenn man dann später damit arbeiten möchte. Nicht alles kommt in dieser Definition vor, was wir schon gesehen haben. Es gibt die Schreibweise mit diesem senkrechten Strich, der Pipe, die wir als oder verwenden in Grammatikregeln, um Schreibarbeit zu sparen. Das ist letztlich nur eine Abkürzung für mehrere Produktionsregeln, die immer das gleiche Wort auf der linken Seite stehen haben und all diese Wörter V1 bis Vn auf der rechten. Gut. So weit, so gut. Das ist eine Grammatik. Lassen Sie mich ein paar Beispiele machen. Hier sehen Sie eine Grammatik mit eben diesem Viertupel V, Sigma, P und Stadt. Sei gegeben durch die Menge V mit drei Elementen, Startsumme und W. Das Alphabet, wie hier dargestellt, mit diesen Symbolen aus XYZ und einigen Klammern und Rechensymbolen und die Regeln P, die ich hier aufschreibe. Wie viele Regeln sind das? Sechs Stück, ja? Sechs Regeln. Warum sechs Regeln? Weil wir hier diesen Strich verwenden als Abkürzung. Das erste sind eigentlich zwei Regeln, dann folgt eine und hier sind noch mal drei Regeln. Okay. Diese sechs Regeln können jetzt also benutzt werden, um Wörter zu erzeugen. Zum Beispiel das Wort, welches Sie hier sehen, Klammer auf, x plus y, Klammer zu, mal Klammer auf, x plus z, Klammer zu. Okay. Das ist eine Grammatik. Hier noch ein anderes Beispiel, was etwas ungewöhnlicher anmutet, vielleicht nach dem, was wir bisher an Beispielen gesehen haben. Es ist eine Grammatik, welche die gleiche Sprache erzeugt wie das erste Beispiel, aber andere Regeln und andere Symbole dafür verwenden. Wir haben jetzt nur noch zwei Nicht-Terminalsymbole, Start und War. Wir haben geänderte Produktionsregeln und wir haben immer noch das Startsymbol Start. Die Produktionsregeln sind jetzt einfacher. Wir haben nur noch fünf, drei versteckt in der letzten Zeile, aber dafür leiten Sie zum Teil Wörter aus mehreren Terminal- und Nicht-Terminalsymbolen auf andere Wörter aus solchen mehreren Nicht-Terminal- und Terminalsymbolen ab. Also das heißt, hier benutzen wir zum ersten Mal auch ein gesamtes Wort auf der linken Seite. Die Idee ist nun, dass wir Start auf eine Summe, auf eine geklammerte Summe ableiten können und dass dann aber solche geklammerten Summen beliebig ersetzt werden können durch geklammerte Summen mit einem zusätzlichen Produkt. Und dadurch können wir auch wieder diesen Effekt erreichen, dass wir hier beliebig viele Multiplikationen einbauen. Und letztlich dürfen die Variablen so ersetzt werden wie vorher. Okay, also zwei verschiedene Arten, die gleiche Sprache zu beschreiben mit Grammatik. Wenn wir so ein Beispiel sehen, dann wirkt das natürlich Fragen auf. Also zum einen wäre es natürlich wichtig zu wissen, ob man das irgendwie erkennen kann. Ich sage Ihnen jetzt, diese Sprache, diese beiden Sprachen sind gleich, aber das ist vielleicht nicht offensichtlich und es ist bei größeren Grammatiken ganz sicher nicht mehr offensichtlich, ob das der Fall ist oder nicht. Kann man das also irgendwie herausfinden? Kann man das irgendwie berechnen? Eine andere Frage, die man stellen könnte, ist, ob unsere Definition vielleicht ein bisschen übertrieben allgemein gefasst ist. Ja, vielleicht sollten wir Grammatiken nicht so ausdrucksmächtig definieren, dass sie so viele verschiedene Arten haben, das gleiche auszudrücken. Vielleicht reicht es, wenn man Grammatiken einschränkt, dass man immer noch alles ausdrücken kann und dafür nicht diese Doppelungen in Kauf nimmt, zumindest nicht so viele. Und drittens wäre es natürlich interessant, ob Grammatiken sich, wenn sie schon mehrere Formen für die gleiche Sprache zulassen, dann nicht wenigstens irgendwie vereinfachen lassen, sodass man die Grammatik besser verstehen kann oder einfacher anwenden kann, ohne dass dabei die Sprache in irgendeiner Weise verändert wird. Okay, das sind alles Dinge, die wir später beantworten wollen, nicht heute, aber in anderen Videos. Aber zunächst einmal wollen wir klären, was wir eigentlich meinen mit der Sprache einer Grammatik, denn bisher habe ich das auch nur sehr intuitiv besprochen, nicht wahr? Okay. Um das zu definieren, möchte ich zunächst mal die Idee der Ableitung formal machen. Das ist eine sehr einfache Idee. Das ist etwas, was wir gerade intuitiv schon mehrmals verwendet haben, aber ich möchte trotzdem Ihnen mal zeigen, wie das richtig mathematisch gefasst wird, weil letztlich ist es natürlich auch darum geht, zu verstehen, wie man mathematisch exakt Dinge aufschreiben kann, auch wenn man sie selbst schon verstanden hat. Gerade wenn man sie selbst schon verstanden hat, ist es ja unter Umständen wichtig, dass man es auch so klar aufschreiben kann, dass es für jemand anderen, der das liest, zum gleichen Verständnis führt, nach einiger Zeit. Ja, dass also es nicht unbedingt der einfachste Text ist, aber der klarste und präziseste Text, der zu einer eindeutigen mathematischen Interpretation führen muss. Okay. Gut, also was ist eine Einschritt-Ableitung? Zunächst einmal definiere ich mir hier eine Relation. Die Relation bezeichne ich mit einem Pfeil, den ich so schreibe. Und diese Relation besteht zwischen Wörtern, die sowohl Variablen als auch Alphabet-Symbole enthalten dürfen, wobei dieser Ausdruck U-Pfeil V bedeutet, dass man von U ausgehend V erreichen kann durch Anwendung einer Ableitungsregel. Wann ist das möglich? Das ist genau dann möglich, wenn U sich eine solche Form hat, wie hier dargestellt, das heißt also mit einem Präfix W1 beginnt, anschließend ein Infix X hat und mit einem Suffix W2 endet, während V mit dem gleichen Präfix W1 beginnt, ein Suffix Y hat und mit W2 als Suffix endet und es zudem eine Regel gibt, die es erlaubt, das X durch das Y zu ersetzen. Das heißt, mit anderen Worten, wir dürfen Ersetzungen mitten im Wort vornehmen, während die äußeren Teile, das Präfix und das Suffix dabei nicht verändert werden. Außerdem ist natürlich wie immer erlaubt, dass Präfixe und Suffixe leer sind, also das heißt, insbesondere könnte es natürlich sein, dass das W1 das leere Wort ist und das W2 das leere Wort ist. In dem Fall ersetzen wir nur ein Wort komplett durch ein anderes. Das ist also ein Schritt in der Ableitung. Wenn ich jetzt eine komplette Ableitung vom Startsymbol zu einem Wort einer Sprache erzeugen möchte, dann brauche ich in der Regel mehrere Schritte und um das zu definieren, sage ich einfach, ich habe eine Relation Pfeil Stern, welche letztlich nur der reflexive transitive Abschluss dieses Pfeils ist. Das ist eine gängige Notation, haben Sie vielleicht auch schon in der Mathematik angewendet an anderer Stelle, wenn man reflexive transitive Abschlüsse darstellen möchte. Was bedeutet reflexiver transitive Abschluss noch gleich? Naja, ich kann es auch einfach genau definieren, indem ich hinschreibe, dass U Pfeil Stern nach V geht, wenn es der Fall ist, dass U gleich einem Wort W1 ist und es dann Einschritt Ableitungen über Wörter W2, W3, Punkt, Punkt, Punkt bis Wn-1, Wn gibt, wobei Wn dann dieses V ist. Das heißt also, ich komme in Einzelschritten von U nach V, wobei hier wieder N größer gleich 1 sein darf. Was passiert, wenn N gleich 1 ist? Naja, wenn N gleich 1 ist, dann ist W1 gleich Wn und hier ist nichts in der Mitte. Das heißt also, ich habe überhaupt keinen Ableitungsschritt, sondern ich habe einfach nur das gleiche Wort am Anfang und am Ende beibehalten. Das ist der reflexive Teil des reflexiv-transitiven Abschlusses. Wenn allerdings N größer 1 ist, dann heißt das, ich habe einen oder mehr Ableitungsschritte durchgeführt und das ist also diese beliebig lange Kette, das ist das, was transitiv bezeichnet. Gut, also es sollte im Prinzip dem entsprechen, was Sie auch intuitiv als eine Ableitung sehen würden. Wenn Sie in der Literatur anderswo nachschauen, in Lehrbüchern zum Beispiel oder in anderen Videos, die Sie online finden, dann können Sie manchmal auch den Begriff Herleitungsrelation antreffen. Den verwenden wir Synonym, Ableitung, Herleitung. Das spielt für uns keine Rolle. Das ist dasselbe. Es gibt auch Autoren, die andere Symbole verwenden für diese Relation. Das ist alles nicht so hochgradig standardisiert. Zum Beispiel gibt es auch dieses kleine Symbol hier, welches einem umgekippten T ähnelt. Das wird auch oft als Symbol für Ableitungen auch in der formalen Logik verwendet. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt also, was eine Grammatik ist. Wir wissen, was Ableitungen sind und jetzt können wir die Sprache einer Grammatik definieren. Das ist wiederum relativ einfach. Die von einer Grammatik G erzeugte Sprache L von G besteht aus allen Wörtern über Sigma, die man von S aus ableiten kann. Mathematisch ausgedrückt, L von G ist gleich die Menge aller Wörter in Sigma-Stern. Für die gilt, es hat eine Ableitungsrelation hin zu diesem Wort W. Was die Ableitungsrelation macht, haben wir gerade definiert. Die weitere, zweite wichtige Einschränkung in dieser Definition ist, dass wir nur solche Wörter interessant finden hier, die keine Variablen mehr enthalten. Also wir haben in dieser Sprache nur Wörter über Sigma-Stern, keine Wörter über Sigma vereinigt mit V-Stern, wie wir sie als Zwischenschritte gebrauchen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Das heißt letztlich, es interessiert uns nicht, wie die Grammatik ein Wort ableitet. Wir interessieren uns nur dafür, welche Wörter am Ende dabei herauskommen. Und die Wege der Ableitung können letztlich sehr unterschiedlich sein, obwohl am Ende doch die gleiche Sprache entsteht. Das macht viel dabei aus, wenn es darum geht, Grammatiken zu analysieren. Das macht es unser Leben nicht einfacher, aber andererseits erhöht es auch sehr die Ausdrucksstärke von Grammatik. Das wäre außerordentlich lästig, wenn alle Zwischenschritte Teil der Ableitungen sein müssen und nicht übersprungen würden. Okay, das ist also die Sprache einer Grammatik. Ab jetzt wollen wir jetzt wieder vereinfachen. Jetzt habe ich Ihnen die vollkommen ausführliche mathematische Darstellung gezeigt. Jetzt möchte ich einiges wieder leichter machen und nicht so viel schreiben müssen. Dafür sage ich, von nun an sind alle Großbuchstaben in meinen Beispielen Variablen, alle Kleinbuchstaben Terminalsymbole und S immer die Stadtvariable, wenn ich nichts anderes sage. Das bedeutet, wir können uns die Definitionen etwas leichter machen, aber wir wissen natürlich trotzdem, was genau dahinter steht. Das heißt, wir haben jetzt das formale Verständnis. Hier ein kleines Beispiel. Wir haben eine Grammatik, die ich G-ID wie Identifier nenne, denn sie ist die vereinfachte Form der Bezeichner, die wir schon vor ein paar Videos zum ersten Mal kennengelernt haben. Sie erinnern sich, ein Bezeichner ist eine Zeichenkette, die mit einem Buchstaben beginnt und dann eine beliebig lange Folge von Buchstaben oder Ziffern enthalten. Das habe ich hier dargestellt. Ich habe ein Startsymbol, welches nach BA umgeschrieben werden kann. B ist mein Symbol für Buchstaben. A ist das Symbol für beliebig lange Ketten aus Buchstaben oder Ziffern. Das heißt, B wird immer mit einem Buchstaben ersetzt. Hier in diesem vereinfachten Beispiel liste ich nicht alle möglichen Buchstaben auf, sondern verwende einfach das kleine B als repräsentativen Buchstaben für alle anderen. und A kann jetzt ersetzt werden, also wie schon gesagt, durch beliebige Ketten von Buchstaben und Ziffern. Das heißt, man beginnt entweder mit B oder mit Z der Ziffer und darauf darf ein weiterer A folgen. Und wenn man irgendwann genug davon hat, dann nimmt man das leere Wort und löscht also praktisch das A aus der Ableitung und damit endet dann die Ableitung. Okay, gut. Das also soll jetzt eine Grammatik sein, die so ähnlich arbeitet wie Bezeichner. Und die Sprache dieser Grammatik entsprechend dieser Definition ist jetzt so darzustellen, man hat also am Anfang immer ein B und gefolgt wird das von einer beliebig langen Kette von entweder B oder Z. Das ist die Sprache. Okay. Oder. Moment. Vielleicht sollten wir das nochmal genau anschauen. Ja, also ich habe gerade behauptet, dass die Sprache dieser Grammatik sich durch diesen Ausdruck passen lässt. Das können Sie jetzt sehen, ja. Viele sehen es vielleicht sofort und sagen, ja klar, verstehe ich, sehe ich auch so. Könnte aber auch sein, Sie sehen es nicht genau. Könnte sein, Sie sagen, ja, es ist wirklich so, dass alle Wörter, die hier erzeugt werden können, auch in diesem Ausdruck liegen oder ist es wirklich so, dass alles, was in diesem Ausdruck liegt, auch erzeugt werden kann? Ist das wirklich klar? Ich meine, ein paar Dinge scheinen zu funktionieren, aber vielleicht sieht man es nicht auf Anhieb. Und in der Regel sollten wir natürlich, wenn wir irgendetwas, bevor wir irgendetwas glauben, uns überlegen, ob wir es auch tatsächlich nachvollziehen können, sprich Beweis. Das ist etwas ganz allgemein. Wenn Sie nichts weiter aus dieser Videoreihe mitnehmen über formale Sprachen und Automaten, dann sei es doch bitte wenigstens das, dass wir in der Informatik und in der Mathematik Dinge nicht einfach glauben sollten, sondern in der Regel hoffentlich in der Lage sind, sie selbst nachzuvollziehen, denen auf den Grund zu gehen und bei Bedarf zumindest genau nachzuprüfen, ob das wirklich stimmt. Also ich kann mich, Sie können mir natürlich vertrauen, ja, der Professor Markus weiß das schon irgendwie, aber das ist letztlich nicht das Ziel eines Universitätsstudiums, sondern Sie sollten skeptisch sein und hinterfragen, was irgendjemand erzählt. Und das hat natürlich nichts mit Titel oder Status zu tun, ob das stimmt oder nicht. Sie erinnern sich an mein letztes Video über Kantor und Kronecker, ja. Kantor, der große Begründer der Mengenlehre, heutzutage viel mehr leuchtend bekannt als Kronecker sicherlich, saß Zeit seines Lebens in Halle, konnte niemals in Berlin eine Professur erlangen, weil die Leute zu dieser Zeit auf Kronecker gehört haben, der gesagt hat, diese seltsamen Unendlichkeiten, die höher sind als absehbar, das ist alles Suspekt, das entspricht nicht der natürlichen Intuition der Mathematik, so sollte man nicht arbeiten. Teufelswerk, der darf hier nicht lernen, ja. Und das haben die Leute geglaubt, ja. Das hat man so wahrgenommen, ganz einfach deshalb, weil der Herr Kronecker einen unglaublichen Einfluss, einen unglaublichen Status hatte, den er in diesem Fall dann leider missbraucht hat und sicherlich nicht der Mathematik dienlich war. Okay, also wir werden uns befreien von derartigen Dünkeln und stattdessen die Dinge lieber selbst nachprüfen. Das machen wir auch in anderen Videos noch. Kommen wir mal mit dem hier an. Das ist also wirklich eine relativ einfache Aussage, aber wir werden sehen, wenn man sie genau beweist, ist doch ein bisschen Arbeit nötig. Wie macht man sowas? Okay, zunächst einmal kann uns auffallen, dass die Behauptung, die wir hier aufstellen, eine Gleichheit von zwei Mengen ist. Ja, wir behaupten, dass diese Sprache der Grammatik gleich ist, dieser Sprache, die ich erhalte, aus diesem Ausdruck. Bei solchen Gleichheiten von Mengen bietet es sich häufig an, den Beweis in zwei Teile zu teilen. Und zwar den einen Teil, in dem man zeigt, dass die linke Seite in der rechten enthalten ist und den anderen Teil, in dem man zeigt, dass die rechte Seite in der linken enthalten ist. Das heißt, ich beweise unabhängig voreinander diese beiden Mengen Inklusionen und wenn beides gilt, dann muss es offenbar gleich sein. Das ist deshalb sinnvoll, oft das zu trennen, weil die Beweise oft sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt auch Fälle, in denen man es in einem Schritt machen kann, dann sollte man sich die Mühe sparen, aber in vielen, vielen Fällen braucht man substanziell andere Argumente, je nachdem, in welche Richtung man geht. In diesem Fall wird sich zeigen, dass die erste Richtung die einfache ist oder die kürzere in gewisser Weise. Und ich werde mal mit der beginnen, und zwar, indem ich sie direkt zeige. Also, das heißt, die Behauptung 1 lautet letztlich, jedes Wort in der Sprache der Grammatik ist auch in der Sprache, die durch diesen Ausdruck definiert wird. Okay, wie kann man das zeigen? Naja, als erstes können wir mal feststellen, dass jedes Wort der Grammatik in der Sprache ist, die durch diesen Ausdruck definiert wird. Was ist das für eine Sprache? Naja, es ist die Sprache aller möglichen Wörter, die ich mit B und Z bilden kann. Da das meine einzigen Terminalsymbole sind, ist klar, dass ich keine anderen Wörter mit der Grammatik erzeugen werde, die werden immer nur aus Bs und Zs bestehen. Das heißt, ganz klar, die Sprache LG ist in dieser Menge. Zweite Beobachtung. Jedes Wort, welches in LG enthalten ist, welches durch G-ID erzeugt werden kann, muss mit einem B beginnen. Warum ist das so? Naja, ich kann das Startsymbol nur durch BA ersetzen und das große B kann man nur durchs kleine B ersetzen. Das heißt, am Anfang entsteht immer ein kleines B. Wenn ich das nicht einfüge, werde ich niemals zu einer Form kommen, bei der keine Variablen mehr enthalten sind. Also das heißt, nie ein Wort erzeugen, welches in der Sprache landet. Okay, also es beginnt immer mit B. Wir wissen also, diese beiden Dinge, es sind Wörter über B und Z und es sind Wörter, die mit B beginnen. Wenn wir beides zusammenfügen, stellen wir aber fest, dass das schon nichts weiter sagt, als dass es Wörter sind, die in dieser Sprache, die dieser Mengenausdruck hier beschreibt, enthalten sein müssen. Also das ist schon alles. Mehr müssen wir nicht wissen über die Wörter, denn das ist genau die Menge aller Wörter, die mit B beginnen und sonst beliebig über B und Z definiert sind. Okay, gut. Das ist also der erste Teil. Wie machen wir es beim zweiten Teil? Der zweite Teil ist die Behauptung zu zeigen, dass jedes Wort in diesem Mengenausdruck jetzt auch in der Sprache der Grammatik liegt. Wir müssen also zeigen, dass für jedes Wort, was hier vorkommt, es auch möglich ist, es in der Grammatik abzuleiten. Und was wir jetzt hier machen, ist etwas, was in der Mathematik ganz häufig vorkommt, wenn man so eine Mengeninklusion zeigen möchte. Man betrachtet nicht die Menge als Ganzes, sondern man nimmt sich ein beliebiges Element aus der Menge raus. Und ich zeige also jetzt, dass ein beliebiges Element, welches dieser ersten Sprache hier, immer auch in der zweiten Sprache enthalten ist. Und wenn ich das für beliebige Elemente gezeigt habe, dann gilt es für alle Elemente. Und das heißt, alle Elemente der ersten Sprache sind in der zweiten. Das heißt, die Inklusion gilt. Das möchte ich zeigen. Okay. Was ist also ein beliebiges Element dieser Sprache? Naja, es ist irgendein Wort, das sicherlich mit B beginnt, denn das ist so vorgegeben. Und auf das B folgen dann weitere Symbole S1 bis Sn, möglicherweise 0, vielleicht auch mehr, welche irgendwie aus B und Z genommen sind. Wie die aussehen, weiß ich nicht. Es ist ja beliebig. Okay. Ich habe also so ein beliebiges Wort und ich möchte jetzt beweisen, dass das in der Sprache der Grammatik ist. Wie zeigt man, dass etwas in einer Sprache der Grammatik ist? Naja, nach der Definition, die wir gerade gegeben haben, muss man dafür eine Ableitung angeben. Und die Ableitung, die ich angeben muss, beginnt also immer mit S und muss letztlich über 0 oder mehr Schritte, sicherlich nicht über 0, sondern mindestens über einen Schritt, zeigen, dass ich zu diesem Wort gelangen kann. Naja, der Anfang ist relativ klar. So eine Ableitung muss immer damit beginnen, dass wir S durch Br ersetzen, denn das ist die einzige mögliche Ersetzung, und anschließend, dass wir das B durch das kleine B ersetzen. Das könnten wir natürlich auch später machen, aber da es unausweichlich ist, bietet es sich an, das gleich zu tun. Wenn wir das einmal geschafft haben, müssen wir nur noch zeigen, dass das große A, dass die Variable A, ersetzt werden kann durch S1 bis Sn. Dass wir also dieses Wort aus A ableiten können. Der Rest ist schon geklärt an der Stelle. Okay. Gut. Wie machen wir das also? Wir müssen zeigen, dass man von A aus eine beliebige Kette von Bs oder Zs bilden kann. Der Länge 0 oder mehr. Ist das schwierig? Nein, überhaupt nicht. Es ist ziemlich einfach. Und für jeden konkreten Fall könnten Sie das sofort selbst hinschreiben, würde ich sagen. Zum Beispiel nehmen wir mal n gleich 2 und den Fall, wo S1, S2 das Wort ZB bilden. Dann kann ich so eine Ableitung finden. Ich schreibe erst das A in das ZA um und das große Z kann ich dann durch den Buchstaben Z ersetzen. Dann schreibe ich weiter das verbliebene A in BA um, ersetze wieder das B durch dieses Terminalsymbol klein b und letztlich schreibe ich das A in das leere Wort um und es bleibt ZB. Und damit bin ich fertig. Gut. So geht das also. Das heißt also, es ist sehr einfach, diese Ableitungen zu finden und in der Tat, für jede beliebige Kette könnten wir jetzt so einen Fall aufschreiben. Allerdings gibt es unendlich viele solcher Fälle. Das heißt, wenn wir anfangen, alle diese Fälle aufzuschreiben, werden wir leider nicht fertig. Und es ist wenig überzeugend, in der Mathematik zu schreiben, als ich das aufgeschrieben habe, war mir völlig klar, dass das für jeden beliebigen Fall funktioniert. Also QED. Obwohl die Praxis nicht ganz unüblich ist, zu schreiben, obviously, as one can easily see, this holds. Aber das ist natürlich in gewisser Weise Augenwischerei, die nicht immer gerechtfertigt ist. Wir wollen es hier ordentlich machen und wollen auch schreiben, warum es so ist und nicht sagen, ja, das ist so, weil wir intuitiv der Meinung sind, dass es so ist. Gut. Was machen wir also mit diesen unendlich vielen Fällen, die an sich alle relativ leicht zu behandeln sind? Naja, Informatiker, was machen Informatiker? Sie schreiben ein Programm. Oder zumindest so etwas Ähnliches. Wir könnten doch eine Vorschrift angeben, mit der man für jeden dieser Fälle systematisch die entsprechende Ableitung finden kann, sprich den Beweis konstruieren kann, den man braucht für jeden Fall. Haben wir zwar nicht alle Fälle aufgeschrieben, aber wir haben eine Vorschrift, mit der man die Fälle alle bearbeiten könnte. Und diese Vorschrift benutzt, wie immer, wenn wir in der Informatik so etwas tun wollen, Rekursion, das heißt, wir rufen die Lösung selbst wieder auf, um eine größere Lösung zu finden. Okay. Der Fall n gleich 0, also das heißt, S1 bis S n ist einfach das leere Wort, ist sehr einfach. Das gilt direkt. Ich kann a natürlich sofort durch y ersetzen und damit endet die Ableitung. Das ist sozusagen der Grundfall meiner Rekursion. Wenn ich jetzt eine größere Anzahl an Symbolen habe, n größer 0, und das erste Zeichen dabei ein kleines b ist, dann konstruiere ich die Ableitung so, indem ich erst a durch b a ersetze und dann das b durch das Terminalsymbol b und von da ab rekursiv eine Ableitung von a nach S2 bis S n konstruiere. Das ist sozusagen ein rekursiver Funktionsaufruf, wenn Sie so wollen. Es gibt auch noch den zweiten Fall, dass es eine Kette größer 0 ist, bei der das erste Symbol ein Z ist. Das ist analog natürlich. Ich verwende einfach die Variable Z und das Terminalsymbol Z. Und auch da wird die Rekursion angeworfen, um die restlichen Zeichen ebenfalls umzuschreiben. Und na gut, wie immer, wenn wir rekursiv arbeiten, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, terminiert das überhaupt oder läuft das Programm für immer und ruft immer wieder neue Subroutinen auf. Aber hier ist es sehr leicht zu sehen, dass das terminiert ganz einfach deshalb, weil die Zeichenkette, die wir in die Rekursion reingeben, in jedem Schritt kürzer wird. Also das heißt, ich habe ja hier nur noch n-1 Symbole und beim nächsten Schritt werden es nur noch n-2 sein und irgendwann sind es 0 und dann ist die Rekursion zu Ende. Okay. Das heißt also, mit dieser Vorschrift, diesem Programm könnte ich sagen, kann ich einen beliebigen Beweis für jeden dieser unendlich vielen Fälle konstruieren. Okay, kann man das so machen? Ja, im Prinzip kann man das so machen. Aber natürlich nennen wir das in der Mathematik ein bisschen anders. Die Mathematik hat diese Idee auch schon gehabt, bevor die Informatiker das mit Programmterminologie vielleicht umgesetzt haben. Denn die Idee, die wir hier machen, dieser rekursiv konstruierte Beweis, ist natürlich letztlich nichts weiter als das, was Sie als vollständige Induktion vielleicht schon kennen. Also das ist eine mathematische Induktion. Nur, dass man sie dort eben nicht als rekursive Zerlegung aufpasst, sondern eher als induktive Konstruktion für jeden möglichen Fall, angefangen vom einfachsten Fall von n gleich 0. Was wir bisher gemacht haben, entspricht dabei genau diesen Bestandteilen der normalen Induktion. Ja, es gibt die Induktionsbehauptung, die sagt also, man kann diese Umschreibung für jede Zeichenkette S1 bis Sn schaffen. Der Induktionsanfang ist dann, dass man für den Fall n gleich 0 die Induktionsbehauptung zeigen kann. Dann verwendet man die Induktionshypothese, dass man bereits für Ketten der Länge n eine Ableitung gefunden hat und zeigt so dann, dass man im Induktionsschritt für Ketten der Länge n plus 1 ebenfalls eine Ableitung findet. Das tut man genau mit dieser Fallunterscheidung, die ich Ihnen gezeigt habe. Wenn der erste Buchstabe das b ist, dann haben wir die Ableitung A geht nach B, A geht nach B, A und bei Z verwenden wir analog Z. Und die Ableitung, die Behauptung folgt dann aus der Induktionshypothese, weil ja bekanntermaßen A auf S2 bis Sn minus 1 abgeleitet werden kann, weil S2 bis Sn minus 1 ja nichts weiter als eine Kette der Form S1 bis Sn ist. Also wie ich die Indexzahlen hier bezeichne, macht natürlich keinen Unterschied. Das Wesentliche ist, die Hypothese sagt, für jede Zeichenkette der Länge n habe ich es schon bewiesen und das ist ja offensichtlich eine Zeichenkette der Länge n. Okay, das ist also das, was wir als Induktion bezeichnen. Und ich finde es dennoch intuitiv manchmal, wenn man Induktionen vor sich hat und durchführen soll, aus der, ja vielleicht eher Informatiker nahen Sicht darüber nachzudenken, dass wir letztlich nichts weiter tun, als ein Programm zu schreiben, welches uns unendlich viele Beweise konstruiert und auf diese Art zeigt, dass es für jeden dieser Fälle möglich ist, das Ergebnis zu zeigen. Okay, jetzt können wir alles zusammenfassen. Wir haben gezeigt, dass also für beliebige Wörter W gilt, wenn das Wort W in diesem Ausdruck B gefolgt von BZ-Stern ist W auch in der Grammatik ableitbar, mit anderen Worten. Dieser Ausdruck ist eine Teilmenge der Grammatik. Die andere Richtung hatten wir schon gezeigt und damit folgt die Gleichheit, die wir beweisen haben wollten. Juhu. So, jetzt können wir an der Stelle feiern. Wir haben es geschafft, dieses schwierige Theorem zu beweisen. Das ist natürlich ein sehr einfacher Satz gewesen und sicherlich werden wir das jetzt nicht in einer wichtigen Mathematikzeitschrift veröffentlichen, aber sie sehen, selbst solche einfachen Dinge sind, wenn man sie genauer nimmt, doch immer relativ aufwendig. Und die Möglichkeit, etwas abzukürzen, etwas weniger genau zu nehmen, steht normalerweise nur denjenigen offen, die wissen, wie man es im Zweifelsfall auch ausführlich zeigen könnte. Das heißt also, sobald man leicht in der Lage ist, so einen Beweis für diese einfachen Dinge aufzuschreiben, da hat man auch die Erlaubnis zu sagen, man sieht sofort, das gilt, oder es ist leicht zu zeigen, das gilt. Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man selbst glaubt, etwas leicht zeigen zu können, es eben nicht tut, weil es einem zu viel Arbeit ist, und dann feststellt, dass es eben leider im Nachgang doch nicht gilt. Also in der Mathematik müssen wir sehr gründlich sein und viele, viele falsche Dinge wurden behauptet und mehr oder weniger schnell erst festgestellt, weil man nicht die notwendige Zurückfalt hatte. Also wir sind immer sehr skeptisch, bei allen Mathematikern sind naturgemäß skeptisch und das sollten Sie wie gesagt auch sein. Nicht nur in der Mathematik, auch so können Sie skeptisch sein. Okay, gut. Damit endet das, was wir für heute machen wollten. Ich freue mich, dass Sie dabei geblieben sind. Wir haben also in dieser kleinen Video-Vorlesung gesehen, wie Grammatiken formal definiert sind und hoffentlich auch verstanden, dass das gut mit unserer Intuition zusammenpasst, wenn es auch etwas umständlicher ist, das aufzuschreiben. Und wir haben gesehen, wie man mit solchen formalen Definitionen arbeiten kann, wie man einen Beweis führen kann mithilfe der Methode der Induktion, die in den formalen Sprachen natürlich häufig von großer Bedeutung ist, weil natürlich viele Sprachen, mit denen wir arbeiten, unendlich sind und man dann also unendlich viele Fälle natürlicherweise antrifft. Gut. Das war es also von mir aus diesem Video. Beim nächsten Mal möchte ich mit Ihnen genauer schauen auf verschiedene Arten von Grammatiken, die wir antreffen können. Wir werden uns mit der sogenannten Chomsky-Hierarchie beschäftigen. Bis dahin. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Und bei Kommentaren, wie immer, Issues in GitHub und die Folien finden Sie online. Auf Wiedersehen.